Ich sehe zwei Hauptthemen. Das eine ist das Personalthema. Das heißt, wir werden einer zunehmenden Personalknappheit entgegen schlittern, sowohl im Ärztebereich als auch ganz besonders im Pflegebereich. Da geht es also eine ganze Menge zu tun. Und der zweite große Bereich ist die fehlende Investitionsfähigkeit, um sich wirklich moderne Infrastruktur leisten zu können, dann auch Prozesse zu verändern und mit dieser Prozessveränderung dann Leistungen günstiger, qualitativ hochwertiger zu erbringen und demzufolge auch im Erlösmanagement bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich denke, dass eines der ganz großen Probleme in der Krankenhausversorgung in der nächsten Legislaturperiode die Finanzierung unter dem Aspekt Dual oder Monistik sein wird. Solange die Länder, die Mehrzahl der Länder der Investitionsnotwendigkeit nicht nachkommen, sind die Krankenhäuser nicht in der Lage, eben ihre strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um wirklich kostengünstige Leistungen zu erbringen. Also ist die Forderung an die Politik, tatsächlich eine große Runde zu initiieren, wo Bundespolitik, Gesundheitspolitik und Landespolitik versucht gemeinsam einen Konsens zu erzielen, wo auch mal kritisch hinterfragt wird, wie sollten die Versorgungsstrukturen sein? Brauchen wir diese unglaubliche Wohnortnähe? Brauchen wir, klapp erzählt, 2046 Krankenhäuser? Brauchen wir 80 Herzzentren? Brauchen wir 40 Stellen, wo wir groß transplantieren? Macht es wirklich Sinn, in einem Land, das heute so mobil ist, das über eine tolle Verkehrsinfrastruktur verfügt und demzufolge auch kurze Wege für die Patienten, wenn es den Noten geht, die es gewährleistet? Ich denke, und ich habe diese Broschüre von der Firma Pfizer auch mit fester Überzeugung unterstützt. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die Akteure gemeinsam nach Lösungen suchen. Dass die Politik, die Leistungserbringer, auch die Kostenträger, also die Krankenkassen und die Industriepartner gemeinsam solche Lösungen finden, die eine optimale Patientenversorgung in der Zukunft auch gewährleistet. Und da muss man schon ganz konkret dann auch überlegen, wo macht es Sinn, in alten, flattierten Wegen weiterzumachen? Also schlicht gesagt Produktlieferant mit einer Gesundheitseinrichtung im Dialog. Macht es nicht mehr Sinn, gerade in dem Aspekt, dass wir immer mehr krankheitsorientierte Zentren bekommen, auch Systemlieferanten zu haben? Also alle die Dinge, die eben die Qualität steigern, die Patientensicherheit gewährleisten und die Wirtschaftlichkeit steigern, die gehören auf die Agenda und die gehören gemeinsam abgearbeitet. Wenn es nur einer alleine abarbeitet, wird es nicht funktionieren. Und die Politik wäre gut beraten, wenn sie sich diese übergreifenden Themen auch mal intensiv anhören würde und weniger auf Partikularinteressen, sondern auf gemeinschaftliche Lösungen schauen würde. Ich weiß, wie schwer es ist für einen Bundesminister für Gesundheit, weil in der Gesundheitswirtschaft, in dieser Branche gibt es so viele Partikularinteressen wie in sonst keiner Branche. Sie merken schon, wie viele Verbände wir da haben und dann ist es sehr, sehr schwer. Also man muss einen übergeordneten Konsens suchen. Das ist etwas schwierig, wäre aber wert, das mal anzufangen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den herkömmlichen Finanzierungsmitteln nicht uns für die Zukunft aufstellen können. Wir brauchen also Systempartnerschaften, wir brauchen Partner, die sowohl Qualität liefern, aber auch diese Qualität über ein vernünftiges Maß finanzieren über einen gewissen Zeitraum. Also das ist einer der Ansätze, die wir auch im Bundesverband der Beschaffungsinstitutionen verfolgen mit unserem BVBG Gütesiegel, wo wir alle Akteure, die da am Beschaffungsprozess beteiligt sind, an einen Tisch bringen und gemeinsam dann nach Lösungen suchen, die die Patientenversorgung eben auch in Zukunft optimal gestaltet. Deshalb die Industrie ist ein sehr wichtiger Partner. Wir haben gewisse Berührungsängste nach wie vor zwischen Industrie und den Gesundheitseinrichtungen und das ist eine meiner Aufgaben als Verantwortlicher der PEG, da auch diese Berührungsängste abzubauen und die Kommunikation zu forcieren. Vielen Dank für das Gespräch! Bitteschön!